Das Wechseln der Audioprozessor-Batterie ist sehr einfach. Nehmen Sie den Audioprozessor vom Klebeadapter. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die leere Batterie. Legen Sie eine neue Batterie ein. Das Pluszeichen muss nach oben zeigen. Entfernen Sie die Folie der Batterie und schließen Sie das Batteriefach. Bringen Sie anschließend den Audioprozessor wieder an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017